Wie ihr mit zwei Tennisbällen und einer Socke euer Lungenvolumen deutlich vergrößern könnt, das zeige ich euch jetzt. Und zwar müsst ihr die Bälle beide in den Socken reinstopfen, dann sind sie hier unten, macht einen Knoten rein, so dass sie nicht rausflutschen können und dann, fack, zack! Und zwar sucht ihr euch hier hinten die unteren Rippen, ja, und von den unteren Rippen bis hoch zur Brustwirbelsäule, also Anfang gleich Halswirbelsäule, könnt ihr euch diese Tennisbälle hinlegen. Einfach auf den Rücken legen, die Tennisbälle positionieren, spürt den Druck, in der Mitte ist die Wirbelsäule, die soll frei bleiben, ein- und ausatmen. Und dann sucht ihr euch zu drei, vier Positionen an der Wirbelsäule am besten oben, Mitte und unten und werdet merken, dass ihr deutlich besser Luft bekommt.